Ich baue hier Blut. Ich auch. Was sehe ich denn da gerade? Lecker Menschenblut. Was sind da denn? Das sind ja Leute. Wir können die doch mal aussaugen. Hallo Leute. Hier sind die Kleinen. Wir sind Selina mit Mama hier. Wir sind gerade mit Papieren. Jetzt ist es gerade dunkel. Dann können wir die Sonne ein bisschen verbrannen. Sonst passiert was. Wir können nicht mehr laufen. Ich weiß nicht was passiert dann. Das ist unser eigenes Haus. Ich weiß nicht warum. Dann kann ich so hebe ganz viel. Ei. Und Pumperlin. Okay. Was machen? Stilzellen. Stilzellen. Ist hier einfach mal Blut. Ich baue Blut. Ich auch. Hast du irgendwas? Wo können wir denn Blut herbekommen? Weiß ich auch nicht. Und zwar habe ich mich auch umgezogen. Und ich mich auch. Ja. Das ist saugend. Warte. Wir sehen aus wie echte Vampire. Ja. Nein. Okay. Ähm. Was machen wir jetzt? Was sollen wir machen? Wo sollen wir hingehen? Weiß ich nicht. Was denkst du? Hm. Leute einsaugen? Ja. Lass uns in die Stadt gehen. Ja. Komm. Und ist das hell draußen? Nein. Okay. Ist dein Auto? Okay. Okay. Ist das Auto? Oh nein. Es ist hell. Es ist Tag. Schnell zurück ins Haus. Nein. Aua. Wir das Häggenschirm benutzen. Ist das cool? Oh ja. Das ist eine tolle Idee. Warte. Oh. Ist der Tag. Oh. Oh. Kann ich hier die ganze Zeit laufen mit? Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe gerade drei Stunden auf die Sonne. Oh nein. Ich muss einen Apfel essen. Gibst du mir. Warte. Versuche ich jetzt einen Apfel. Ah. Ah. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ah. Warte. Laufen ist nicht so schwer. Hier so. Äh. Äh. Ja. Ein schickes Auto. Ja. Du 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 du. Warte auf mich. Warte. Nein. Tschüss. Die Sonne ist so heiß. Okay. Ja. Du hast ja einen Höhenschirm. Ah. Jetzt. Okay. Wo ist er mir hin? Hm. Wo willst du denn hin? Was ist das denn? Ich habe das ja noch nie gesehen. Hä. Was ist das? Bäh. Was ist das? Bäh. Bäh. Hat Wasser. Bäh. 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 Wasser kann ich nicht trinken. Bäh. Bäh. Igelhaft. Was ist das? Mh. Eiskil. Mh. 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 Ist das lecker? Mh. Mh. Aber hier gibt es keine Sorte mit Blut. Mh. Bäh. Bäh. Mh. Wir brauchen noch mehr Blut. Mh. Mh. So. Lass uns anschleichen. Ich kann nicht mehr laufen. Die Sand ist so warm. Wir haben lange nichts getrunken. Ich kann nicht mehr laufen. Da ist jemand. Ich kann nicht mehr. Guck mal. Ich kann nicht mehr. Ich brauche Blut. Soll ich dich tragen? Ich trage dich. Vielleicht gibt es im Krankenhaus Blut. Ja. Da wird sie doch sicher was haben. Ich brauche Blut. Jetzt gleich. Mein Auto. Mein Auto. Dann gehen wir zum Krankenhaus. Nein. Dein Schirm piekst mir im Auge. Ich kann nicht mehr reden von die Sonne. Ich kann nicht mehr reden von die Sonne. Blut. Blut. Ich brauche Blut. Es ist hier einfach nur Blut. Wenn ich eine Spritze bekomme. Blut. Ah, nicht selber. Ah, Blut. Bei mir schmecken. Geht es dir wieder besser? Tatsächlich. Ich brauche noch mehr Blut. Hier. Da rein? Ja. Ja. Okay. Das ist so viel Sonnenlicht. Ich verbrenne. Ich verbrenne. Ob sie leeren. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, ich auch nicht. Wir sind viel zu jung für dieses Leben. Oh, mein Auto ist so hübsch. Ich kann nicht mehr fahren. Oh, Sonne. Oh, die Sonne blindet mich. Nein. Ich kann nicht einfach. Ich kann nicht. Oh nein. Wir schaffen das. Was? Wir müssen nach Hause. Ich kann nicht mehr laufen. Ich auch nicht. Oh. Oh. Was ist denn so mit dir? Oh. 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 Ich komme. Nein. Nein. Ich komme. Lass mich nicht alleine hier zurück. Nein. Ich verbrenne. Okay. Okay. Das war's. Mit dem Video machen wir da oben. Und auf. Abonniert meinen Kanal. Und ganz viele Küchen bei euch. Und ja. Und wenn ihr möchtet. Machen wir noch ein Video hier. Und ja. Hasta la pasta. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.